jo leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal ich bin es wieder euer jessin und ja freunde heute mal mit einem erneuten video ich hatte aber auch schon im community tab angekündigt auf diesem kanal und zwar heute mit der zweiten runde des dfb pokals kurze info vorab die zeit um wieviel und an welchem datum das spiel stattfindet das ist noch nicht klar weil die gleiche zeit und datum steht überall also dienstag 18 10 20 uhr steht überall ja auf jeden fall ich werde euch nicht direkt am anfang alle spiele zeigen damit es ein bisschen so spannend bleibt ja ich denke mir aber sowieso die meisten von euch haben jetzt die ja auslosung gesehen aber auf jeden fall fangen wir jetzt mal an und zwar die erste partie nach zweiten runde ist augsburg gegen bayern ja auf jeden fall gut vor einer halben stunde hat augsburg gegen hertha 2 0 verloren ja für mich irgendwie ein schock beziehungsweise ziemlich überraschend jetzt geht es ja am 18 10 gegen die bayern also ich finde das kann schon eine interessante partie werden es geht jetzt nicht darum ja wert gewonnen wert verloren aber wenn man kurz mal so die bilanz vergleicht beziehungsweise die letzten fünf spiele ja bayern hat jetzt in den letzten beiden malen unentschieden gespielt das weiß ich wie es bei augsburg aussieht weiß ich nicht deswegen werde ich auch nichts groß mit ergebnissen sagen weil es kann sich ja auch noch viel ändern auf jeden fall finde ich ist das eine richtig gute partie dabei dabei ja noch gerne mal von augsburg geärgert wird und ja dann kommen wir auch schon zur nächsten partie die nächste partie ist darmstadt 98 gegen borussia münchen-gladbach ja leute auf jeden fall finde ich es auch wieder eine sehr sehr interessante partie ja darmstadt spielt momentan wie es aussieht um den aufstieg in der bundes in die bundesliga mit würde ich den auch gönnen wieder zurück in die bundesliga zu kommen gladbach steht auch momentan oben eigentlich gut da gegen bayern 1 1 gespielt also ich denke mal das kann echt eine interessante partie werden da beide mannschaften eigentlich gut in form sind und ja finde ich ist eine gute partie und dann gehen auch schon direkt zum nächsten spiel das dritte spiel im dfb pokal ist braunschweig gegen wolfsburg kurz ab kurz mal beide haben 4 2 gespielt im letzten spiel braunschweig hat 4 2 gewonnen wolfsburg 4 2 verloren vielleicht kein zufall oder kein zufall weiß ich nicht auf jeden fall was ich hier vorab sagen kann also wenn braunschweig weiter so spielt wie gegen sie nürnberg gespielt haben dann haben sie auch finde ich eine realistische chance vielleicht gegen wolfsburg zu gewinnen aber ansonsten sich hier den klaren favorit ist klar wolfsburg und ja wir gehen auch zum vierten spiel direkt das vierte spiel und damit für mich auch eins der interessantesten spiele daher dass dank der dritten und ersten liga wo die beiden mannschaften gerade stehen ist elversberg gegen bochum elversberg oben in der dritten liga bochum unten in der tabelle in der ersten liga also ich finde das wird eine interessante partie aufgrund der tabellenlage bei beiden mannschaften ich denke elversberg kann bochum ärgern ja wenn sie die gleichen ja wenn sie das abrufen was gegen leverkusen auch abgerufen haben dann kommen wir auch schon zur nächsten partie und finde ich auch wieder auch wieder eine richtig sehr interessante partie und zwar freiburg gegen san pauli ja freiburg tabellenführer der ersten bundesliga momentan san pauli weiß ich gar nicht wo die stehen aber für mich auch eine relativ interessante partie vielleicht gibt es eine überraschung aber ansonsten ja sollte eigentlich klar sein freiburg gewinnt egal wo sie jetzt in der tabelle stehen am 18 oder 19 10 so dann haben wir auch schon das nächste spiel und zwar haben wir jetzt borussia dortmund und zwar gegen hannover 96 in hannover ja auf jeden fall ich denke mal das wird einer der kürzesten fahrten sein denke ich jetzt mal gerade so ich weiß nicht aber ich glaube ja einer der kürzesten fahrten die die mannschaften hinlegen müssen oder ich weiß nicht auf jeden fall ist egal ich denke mal auch hier kann hannover wieder dortmund so ein bisschen ärgern aber trotzdem sollte das eigentlich am ende dortmund gewinnen und wir gehen auch zum nächsten spiel das nächste spiel ja heißt hoffenheim gegen schalke ich halte mich kurz und knapp also ich habe irgendwie gute hoffnung dass hier schalke vielleicht gewinnt ja haben sie ja die haben ja auch damals den ersten saison sieg gegen hoffenheim geholt ja wo sie noch in der bundesliga waren jetzt gegen hoffenheim wieder mal schauen was draus wird die nächste partie ist auf jeden fall ja regensburg gegen düsseldorf ja so wie es momentan aussieht sollte es ja eigentlich auch wenn es ein zweitliga duell ist einen klaren sieger geben gut es kann sein dass regensburg sich wieder fängt aber wenn regensburg so weiterspielt wie jetzt spielen auch jetzt nächste woche auswärts gegen uns also gegen paderborn in der home deluxe arena und ja ansonsten sollte eigentlich düsseldorf das gewinnen ja dann kommen wir auch direkt zum nächsten ja underdog und zwar vfb lübeck in der ersten runde noch rostock geschlagen ja jetzt geht es zu hause gegen mainz wieder wieder zu hause ich sehe da auch vielleicht so ganz ganz kleine chancen vielleicht ja auch das wunder zu schaffen aber ansonsten ist klar sollte sich eigentlich mainz durchsetzen dann kommen wir jetzt auch schon zu meiner mannschaft zum sc paderborn zu meinem herzensverein ja wir spielen zu hause muss ich sagen leider gegen bremen nicht weil es ein schlechter gegner ist oder weil es eine bundesliga ist sondern wenn man paderborn-fan ist oder bremen-fan oder kann man auch vielleicht so wissen paderborn und bremen haben fanfreundschaft deswegen leider also ich denke mal die hamburg fans die werden jetzt hoffen dass wir gewinnen ja wie gesagt die bremen fans werden jetzt wahrscheinlich hamburg fans werden jetzt wahrscheinlich hoffen dass wir gewinnen ja damit seit ja bremen auslachen können mir ist es eigentlich am ende egal solange es ein interessantes spiel ist und ein gutes spiel wird außerdem wie gesagt wir haben fanfreundschaft mit bremen also bin ich hier gespaltener meinung wer hier weiterkommt also es wird ein stand jetzt ein interessantes spiel wenn paderborn die tabellenführung bis im oktober mit oktober hält wird das denke ich mal schon geiles spiel aber ja ansonsten ja ich kann mich hier nicht entscheiden wer weiterkommt also klar ich würde am liebsten wollen dass paderborn weiterkommt aber gut so gut wie bremen momentan drauf ist sollte eigentlich bremen weiterkommen aber pokal hat ja seine eigenen gesetze und deswegen machen wir auch jetzt weiter ja das nächste spiel ist eigentlich auch ein richtig interessantes spiel und zwar ist das leipzig gegen hamburg der dfb pokalsieger der verteidiger des dfb pokals muss jetzt in der zweiten runde gegen hamburg dran letztes jahr war es noch im halbfinale wo freiburg gegen hamburg gespielt hat und leider ich weiß nicht wie viel war das ach so das war 3 1 verloren hat ich wünsche es hamburg dass sie gewinnen weil ich leipzig nicht mag aber wenn leipzig gewinnt was eigentlich auch so sein sollte dann ist es so obwohl momentan so eine kleine schwächelphase da ist 4 0 gegen frankfurt verloren leipzig aber gut wir sind ja nicht im dfb pokal momentan sondern in der liga und wie schon gesagt pokal hat seine eigenen gesetze und ja dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten spiel und zwar ist das ja sandhausen gegen karlsruhe ist ein lokal derby ja momentan sehe ich hier einen ganz klaren favoriten eigentlich da sich karlsruhe gefangen hat sollte eigentlich karlsruhe weiterkommen so dann sind wir auch beim erzrivalen von unseren beziehungsweise von meinem scp angekommen und zwar bielefeld die spielen auswärts in stuttgart und ja also momentan würde ich auch sagen stuttgart kommt weiter auch wenn ja bielefeld jetzt aus zwei spielen vier punkte geholt hat mit dem neuen trainer trotzdem würde ich eigentlich sagen stuttgart kommt weiter so dann kommen wir auch schon zum spiel stuttgarter kickers nicht vfb sondern stuttgarter kickers gegen eintracht frankfurt klar ist hier es gibt die definitiv ganz ganz großen favoriten also da braucht man nicht drum schreiten vielleicht schafft schaffen die stuttgarter kickers als wunder wie damals ja mannheim in der ersten runde im dfb pokal gegen frankfurt okay wie im dfb pokal gegen frankfurt ich lasse mich überraschen hoffentlich wird es ein gutes spiel nicht zu hoch also dass nicht dass frankfurt zu hoch am ende gewinnt sondern spannend so wie zum beispiel bayreuth gegen hamburg dass es in eine verlängerung geht oder so so dann kommen wir auch schon zum vorletzten spiel und zwar ist das union berlin gegen erster fc heidenheim ja beide mannschaften spielen gut in ihrer liga mit momentan union ist oben dabei in der tabelle in der bundesliga gut ist fünfter spieltag jetzt erst gewesen und in der zweiten liga ist erst der siebte gewesen ich finde man kann erst so richtig das fazit nachher hinrunde 10 oder kurz vor dem also kurz vor dem start der rückrunde also am 17 spieltag oder kurz vor der ja kurz bevor die hinrunde vorbei ist vielleicht so am 15 spiel da kann man für mich erst ein fazit ziehen deswegen aber eigentlich sollte das union gewinnen die sind halt momentan stark drauf so freunde und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten spiel und zwar ist das mannheim gegen nürnberg nürnberg ja zuletzt wie gesagt jetzt gegen braunschweig verloren ich sehe hier für mannheim sogar vielleicht sogar ganz ganz kleine chancen aber eigentlich sollte nürnberg das machen und ja auf jeden fall waren das dann jetzt die 16 spiele ich kann ich gebe euch kurz mal meine tipps ab wer ich tippe der weiter kommt in im jeweiligen spiel augsburg bayern kommt bayern weiter darmstadt glabbach glabbach braunschweig wolfsburg wolfsburg elversberg bochum würde ich wirklich mit elversberg gehen würde ich mich den tipp wagen also trauen freiburg san pauli freiburg hannover dortmund sag ich kommt dort und knapp weiter hoffenheim schalke gehe ich mit schalke regensburg düsseldorf 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 lübeck gegen mainz mainz ja paderborn gegen bremen ich bin ehrlich ich sage einfach bremen kommt weiter leipzig hamburg gehe ich mit leipzig sandhausen karlsruhe karlsruhe stuttgart bielefeld stuttgart stuttgart tag kickers frankfurt frankfurt union heidenheim union und mannheim nürnberg wage ich mich auch einen ziemlich riskanten tipp und zwar mannheim also würde das bedeuten es sind noch zwei amateur vereine also außer dritten liga drin und zwar elversberg und ja mannheim und ja ansonsten sind noch erst und zweitligisten drinnen auf jeden fall schreibt ihr schreibt gerne mal euer statement oder ja schreibt mal ein statement oder beschreibt in die kommentare welcher fahr ein eurer ist gegen wen ihr spielen müsst und schreibt doch gerne dazu ob ihr das in ordnung findet und dann würde ich sagen haut rein bis dahin und ciao